Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play R-Clash. In der letzten Folge, ja wie man sieht, wir haben genau hier die Folge beendet. Wir werden jetzt mal, ich weiß gar nicht, mal gucken ob wir hier hochkommen. Hier ist nämlich schon eine Truhe, die möchte ich mir gerne schnecken. Und dann gibt es hier noch ein kleines Rätsel, das wir mal versuchen werden zu lösen. Aber erstmal schauen, was hier drin ist. Aha, okay. Hier kommen ja schon mal Monstasse. Monstasse sind immer doof. Egal, die kriegen erstmal fett in die Fresse. Ich dachte gerade One-Hit, aber... Nee, nee. So ist das noch nicht. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Knocka dürfte auch wieder zurückkommen, das ist kein Problem. Ach, guck mal, da kommt noch mehr. Schnuckelig. So, genau. Jetzt mal hier. Bam. Und da ist das Ding down. Okay. Ja, das war jetzt nicht ganz so krass und schwer. Hielt sich noch in Grenzen, sag ich mal. Okay. Weiter geht's. Ich glaube, ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube von hier sind wir in der letzten Folge gekommen. Und wir gehen jetzt so oder so erstmal hier hin. Speicher nicht vergessen. Und haben wir wieder ein fettes Rätsel am Stort, nee. So. Knocka wird sich mal hier raufstellen. Bumm. Das Problem ist, wie gesagt. Mocha kommt mal hier rauf. Was ich nicht verstehe. Ich habe doch nur drei so eine Lines. Okay. Egal. Hier muss ich herstellen. Wie mache ich das? Oder nee. Warte mal. Geh mal runter. Geh mal. Ihr, ihr. Aber ich brauche jetzt nicht. Mocha, Mocha. Du bist jetzt hier mein... Der Boy, der hier auf die ganzen Sachen rauf geht. Okay. Pass auf. Nella, hau rein. Einmal den hier. Einmal den hier. Ich muss ja das da herstellen. Dann brauchen wir einmal das Teil. Und wir brauchen auch das Teil. Warte mal. Und jetzt? Mocha, geh nochmal runter. Geh mal rauf. Hä? Okay, dann... Geh jetzt hier mal hier rauf. Dann aktiviere ich ja, glaube ich, das Teil. Das heißt, wie mache ich das denn jetzt? Das hier erstmal wieder weg. Geht dann das da weg? Dann geht doch das weg. Das ist doch voll der Bullshit. So, weg. Mocha. Geh nochmal. Mocha. Mocha. Achso. So. Muss ich dann vielleicht hier rauf, um das so richtig zu aktivieren? Ich weiß das nicht. Ne. Hä? What the fuck? Okay, er geht jetzt wieder runter. Mann, Mocha, geh weg. Verpiss you. Ich will mit dir jetzt gerade nichts zu tun. Mann, geh doch mal weg. Ich will, äh, ihn auswählen. Geh mal runter. Okay. Dann geh mal hier. Dann geh mal hier. Dann geh mal hier. Und jetzt wähle ich nur das aus. Ne, jetzt wähle ich ja die beiden aus. Aha. Äh, ha. Mal gucken. Dann mach ich aber doch. Lol. Ah, ha. Okay. Das muss hier schon mal weg. Alles klar. Wir brauchen dafür nur das. Und, ja. Den. Den brauchen wir gar nicht. Der kann aus. Müssen aber die nochmal an und aus machen. Und the same is here. Okay, dann passen die. Dann geht Bolam erstmal wieder runter. Mocha geht erstmal wieder hier rauf, weil da muss ich den einen Strich wieder anmachen. Hä? Alter, ohne Scheiß. Was ist das denn für ein komisches Rätsel, ey? Hm, ne. Totally verwirrung. Ich bin gerade echt ein bisschen, äh. Kann ich die nicht einzeln machen? Ich kann die ja auch nicht alle gleichzeitig machen. Die haben ja alle verschiedene Symbole. So. Jetzt ist das fertig. Okay. Dann gehst du hier rauf. Nein, 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 nein. Du bleibst schön da drauf, mein Freund. Dann geht das aber auch wieder weg. Sag mal, Alter, ohne Spaß. Wie geht das denn? Hä? Okay. Das ist jetzt ein bisschen... Das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen... Ja. Die kann man nicht alle aktivieren. So, okay. Das ist schon mal voll Knorkel. Und überhaupt. Ähm. Alter, ohne Spaß. Was ist das denn für ein komisches Rätsel? Mensch, ich kann ihn hier ausmachen. So, zack. Ich kann ihn hier ausmachen. Zack. Ich kann ihn hier ausmachen. Zack. Dann mache ich aber automatisch dummerweise auch die andere mit aus, was total dumm gemacht ist. Wird eventuell seinen Grund haben. Ich finde es trotzdem dumm. Erstmal... Ach nee, das ist hier ein ganz anderes Zeichen. Das ist im Grunde das Teil. Dann... Haben wir hier drinne... Was haben wir denn da noch so drinne? Wir haben, glaube ich, entweder das Ding. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall das. Nee, das gar nicht. Was? Und wir haben das Ding da drinne. So ungefähr, oder? Muss ich mal sagen, passt das schon? Vielleicht haben wir auch nicht den drinne. Doch, den müssen wir ja drinne haben. Ja. Sieht richtig aus. Problem ist... Wie genau kriege ich jetzt die anderen hin? Okay. Ähm... Ich soll mal kurz hier mit drauf gehen. Ach so, dann gehen... Ach so, Scheiße. Ähm... Okay. Dann mache ich... Einmal den... Nein, ach du, bleib mal da drauf stehen. Einmal den. Einmal den. Und... Einmal den an und nochmal aus. Weil der ja dazu mit gehört. Also dazu mit gehört, ja. Okay, dann habe ich das hergestellt. Die muss ich gleich wegmachen. Dann muss ich mal gucken, wie das Funktionen nüggelt. Und dann geht der alte Bona mal wieder, wenn ich den ausgewählt bekomme, hier rauf. So, dann muss ich das nämlich hier auch nochmal machen. Ich muss jetzt hier an, aus. So. Dann gehen die aber hier doch aus. Das ist... Ach, ich bin auch so blöd, ey. So dumm. Immer hier rauf. Okay. Nochmal. Zack, zack. 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 Jetzt passt das hier nämlich auch. Und nun geht der gute Bo-Lam nur hier rauf. Jetzt brauchen wir nämlich auch nur noch das. Jetzt machen wir einmal den hier. Und einmal den hier. Und ready. Das war knackig. Da muss man schon ein bisschen überlegen teilweise, muss man sagen. Okay. Die Tür ist geöffnet. Hast du gut gemacht, Mocha. Gibt es einen Keks für? Okay. Das bringt mich natürlich... Ach, guck mal. Doch, die Tür ist auch rauf. Nice. Oh. Och, nö. Hier gibt es ja schon wieder Gegner. Das finde ich aber blöd. Was gibt es denn hier? Weil Kür ist auf Ernehan und... Auf Ernehan und überhaupt. Okay. Tun wir mal kurz eine Pause. Du machst Bamm. Der wird wahrscheinlich sowieso gleich eine Autopause machen. Ach so. Ihr dürft natürlich... Natürlich dürft ihr auf und angreifen. Nicht wahr? Das ist ja... Ja, das war doch klar, dass da noch mehr kommt. So, ich treffe einmal gleich mehrere. Das finde ich ja ziemlich nice. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen bade. Boah, haben die viel Life. Warte mal. Nee, nee. Du sollst abbrechen. Hört eigentlich das Life... Wobei, das geht. Na gut. Die hat ein bisschen mehr. Die halten aber gut was aus, muss man sagen. Was können denn die Baden eigentlich? Ich muss mal kurz schauen. Ähm... Okay, okay, okay. Also nix Heilungstechnisches. Ich glaube, die können heilen, ja. Necromancer. Der kann auch... Ach, du Scheiße. Okay. Der Necromancer kann auch heilen. Dann müssen wir erstmal den Skeleton kaputt haben. Du darfst angreifen, mein Freund. Du musst hier nicht einfach nur blöd rumstehen. Kein Problem. Okay. Du darfst, du darfst, du darfst. Bamm. Okay, wir sollten mal kurz alle hier so... Warte mal. Hallo, hallo. Ah, genau. Alle mal kurz hier hin. Muss man da aus der... Reinge verschwinden. Ähm. So, warte mal. Wir nehmen mal kurz den Ler und packen sie ein bisschen mehr so in den Background, weil die sonst zu krass auf die Fresse bekommen. Ach, toll. Genau diesen... Ja, deine Mutter, ey. Jetzt sind die auch noch alle gestunnt. Ist ja super. Ist ja der heftigste Shit ever. So, du, mein Freund, wirst mal ganz kurz das hier... Mein einziger Vorteil, sag ich mal, der da jetzt drinnen besteht, ist halt wirklich, dass ich dann MP ein bisschen sammeln kann. Nella sollte sich dann hier mal verpissen danach. Du wirst mal ihn eben heilen. Wobei Nella sowieso nochmal einen Shot raushauen muss. So, bam. Das bringt aber auch nicht so viel, muss man sagen. Ey, das ist echt heftig. So, jetzt... Mach hin, ne? Oh nein, jetzt ist er gefiert genau da drinnen. Willst du mich verarschen? Das kannst du doch nicht bringen. Knockdown könnte ich zwar machen, allerdings habe ich da keine Lust drauf. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. So, hau rein. Kannst du? Ja, du kannst. Sehr nice. Hauen wir erstmal den Skeleton hier weg. Oh, ich glaube, du bist gleich tot, ne? Das ist tatsächlich ein bisschen doof jetzt. Dann versuchen wir, wenn ich das nochmal ein bisschen hier zu heilen. Komm schon. Nein! Ich glaube, ich werde sterben. Elendist verrecken werde ich. Ach, scheiße, du bist immobilized. Das ist natürlich supi. So, komm schon. Äh, ach, puh. Okay, das Ding ist gelaufen. Denn jetzt wird wahrscheinlich... Ja, Nella ist tot und eigentlich soll Vanderoon hier direkt mal heilen, aber irgendwie macht er das nicht. Du, ja... Du bist auch gleich down. Dann muss Nella das hier machen. Nella, du sollst hier... So. Ganz kurz... Mach dich mal ein bisschen stärker in der Rüstung. So, dann ist er wieder fresh. Bedeutet, du machst einmal den hier... Gestieren und belebst ihn wieder. Tja, Nella muss jetzt hier Schaden rausklopfen. Ohne Ende. Auch noch rausklopfen. Am besten natürlich rauskloppen. Am besten natürlich die ganzen Gegner direkt instant killen, aber das wird so nicht funktionieren. Oh, bei einer ist tot. Einer ist doch schon mal tot. Das ist doch schon mal schön. So, Bola. Was machst du? Du knockst ihn erstmal um hier. Machst dann mal den. Tja, wen heilen wir? Das ist immer so eine gute Frage, ne? Achso, sie hat nicht genug. Na, das ist blöd. Ach, jetzt ist er schon wieder gestunt, ey. Das gibt's doch nicht. Das ist so scheiße. So scheiße. Jetzt ist sie auch noch gefiert. Ja, super. Du geh mal bitte hier schnell weg. Danke. Du hast... Alter, willst du mich verarschen? Dann ist es doch noch so, als ob du es gemacht hättest. Das wird ja immer besser. Es wird besser und besser. Okay, sie ist tot. Leck mich doch am Arsch. Ähm... Ah, du... Ah, gut. Dann geht er nicht raus auch, okay? So, zack. Du musst jetzt Nenna mal eben... Okay, ich glaub, sie ist gleich tot. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du überlebst das. Okay, das Problem ist, jetzt ist sie tot. Er ist gestunnt. Er ist ja Hammer. Jetzt greifen die alle... Ah, ne, guck mal, die greifen trotzdem. Na, das finde ich super. It's not bad. Dann wird Nenna direkt hier heilen und... Damit dir die Agonie vorbei ist. Vorbei. Nein. Weg. Hier hin. Nenna, du bist dumm. So, heil mal Boularm. Und Nenna wird trotzdem noch da erstmal zurückholen oder versuchen. Heil doch mal schneller, Junge. Meine Fresse, ey. Das gefällt mir bei Wendel so ein bisschen besser, muss ich sagen. So, okay. Dann kommt mal... Ich muss die unbedingt down kriegen. Weil die gehen mir auf die Nerven. Aber ich denke, ich werde das jetzt schaffen. So, wo ist ein Nenna? Nenna ist da. Du haust nochmal hier kurz einen rein. Umgreifst dann genau auch einfach weiter da an. Das passt dann schon. Ah, das ist... Ne, doch nicht down. Ich dachte. Zack. Na gut, das ist gleich down. Dann kommt das Ding und dann... Huh. Was? Das ist und dafür kriegen wir so ein Pissteil. Willst du mich verarschen? Ist ja wohl... Avic. Meine Fresse. Der war nicht so... Oh, nein, 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 nein. Was ist das denn? Ja, genau. So siehst du auch schon aus. Warte mal, was kann die denn? Kann die nix? Die kann ja nix. Ah doch, die kann wohl was. Heilen. Natürlich kann sie heilen. Warum soll sie denn auch nicht heilen können? Okay. Hm. Egal. Greif an. Greif an. Und Nella... Ja, greif an. Warte, Motscha nicht weggehen. Laber, wie viele hier kommen. Ey, willst du mich verarschen? So. What? So viel Leben abgezogen. Okay, dann... Ja, ich wüsste direkt an. Oh, oh. Das hat eine große Range. Äh, ach, Nella hat schon gemacht. Okay. So. Dann, du musst... Oh, Alter. Direkt wieder vollgeheilt. Das geht gar nicht klar. Greif mal hier bitte an. So. Also muss ich erstmal die kleinen Pissnacken, wenn wir ihn zum Beispiel wegkriegen, weil er kann heilen. Aber die können alle irgendwie heilen. Was soll das denn? Das ist ja unbelievable. Kannst eigentlich mal hier so um den Ding reinklatschen, ne? Können die auch heilen zufällig? Ne, können sie nicht. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich muss mich erstmal wirklich um die hier außen kümmern. Wobei Beaulam irgendwie gerade mies auf die Fresse bekommt. Kannst du? Nein, du kannst nicht, verdammt. Also bei ihm regeneriert das so schnell. Das ist ja unglaublich, ey. Komm schon. Ist doch schon wieder genug, ey. Was soll das denn? So, wer kann heilen? Er kann zum Beispiel heilen. Aber der kann auch heilen, der Mongo. Ne, die Chimäre kann ja auch heilen. Selbst sogar. Das ist ein bisschen nervig gerade. Das heißt, wir müssen eigentlich alle direkt erstmal in die versuchen zu killen. So zum Beispiel. Eigentlich müsste Beaulam mal eben heilen. Komm schon. Nein, Beaulam, du bist ein Mongo. Ach, wie der? Genau. Das geht doch gar nicht. Scheiße von mir, bitte. Oh nö, der wird gerade geschützt. Das ist doch scheiße. So, okay. Öh, wann ist die denn gestorben, bitte? Das hab ich nicht mitbekommen. Ach, du heilige Scheiße. Oh, das war dumm. Das war dumm. Aber das war richtig dumm. Okay, er ist auch down. Das ist ja Hammer. Nice. Jetzt. Als müsste ich quasi mit ihm hier rein und ihn heilen. Naja, we tried. Ne? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du sollst das hier machen. Ach, Mann, Mocha, du bist voll der Mongo. Geh doch einfach außen rum, ey. Ohne Scheiß. Und mach mal ein bisschen schneller vielleicht. Okay, jetzt ist er auch auf dem Boden. Das heißt, vergiss es. Ähm. Der kann noch fallen. Das Problem ist, Mocha ist gleich tot. Aber ich könnte ja trotzdem mal den hier machen. Äh, Mocha, Mocha. Mocha ist gleich tot. Und einfach tot. So, dann kann Noca indirekt auch nochmal mitteilen, warum denn nicht. Er ist noch in Agonie, das heißt, wo geht der denn jetzt eigentlich hin? Äh, 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 ähm, ähm, du sollst eigentlich... Oh, du willst mich gerade verarschen, kann das sein? Oh, jetzt ist sie auch tot, ey. Das gibt es doch nicht. Heißt, Mocha geht erstmal hier. Du, hol mal bei ihm fetten Schaden rein. Alter, was macht denn Bolam? Du sollst eigentlich den hier machen. Alter, du bist voll der Mongo. Du sollst hier heilen, du Spasti, ey. Meine Fresse. Ist ja unglaublich. So. So, zack, okay, machen wir ein bisschen... Okay, der nächste ist eh gleich tot. Steht ja im Grunde schon mal fest. Da wollte ich dann nicht mal mehr. Das war klar. So, dann du, du, du. Oh nein. That's not good. Zieh den mal auf dich. Einen kann sie noch. Raushauen. Laber, jetzt sind beide tot. Alter. Oh, jetzt rette doch mal. Ey, du bist so eine olle, ey. Oh, Spaß. Du sollst hier retten. Hallo. Die ist voll dumm. Die rettet einfach nicht. Wenn ich sage, rette, dann sagt sie sich auch. Oh, nö, ich habe keine Lust. Ach, nö, er ist auch gerade tot. Das ist ja, herz allerliebst. So, ein Knocker ist gerade am Refreshen, am, äh, am Reviven, ja. Ohne Witz. Warum ist sie denn jetzt Knockdown? Das kann doch gar nicht sein. Die stand doch gerade noch. Was soll das? Komm schon. Komm schon. Äh, erst mal heilen. Und gib auf die Fresse. So, dann haust du. Okay, du hast, wie, du hast nicht genug MP? Junge, wie viel brauchst du denn dafür? Vier? Alter. Okay, das ist viel. Ich brauche unbedingt, alter, das ist unglaublich. Ohne Spaß, das ist echt gerade fucking unglaublich. Sie ist schon wieder tot. Das heißt, du kannst immer direkt reviven. Alter, der verliert auch gar kein Leben. Warum nicht? Der wird gerade gesch... Okay. Bo-Larm, wo bist du? Wo ist der Bo-Larm? Okay, du gehst mal eben hin. Geh weg. Immer jetzt folgen. Ach, jetzt kommt die hinterher, die Kack-Chimäre. Guck mal, du bist schon wieder so ein behinderter Knopf. Du sollst hier angreifen. Fuck. Warum hast du jetzt aufgehört, eigentlich anzugreifen? Dürfte ich das mal bitte erfahren? So, Knocker ist wieder da. Alter. Dat Ding... Ah, jetzt ist er schon wieder tot. Ey, das gibt's nicht. Ohne Witz. Oh, du sollst auch hier angreifen, du kleiner Mungo. Okay, er ist auch gleich down. Alter, das kannst du knicken. Also, wenn ich das Ding noch reiße, ist das ein Wunder. Also, sie ist auch gleich down. Ich muss ihr einen Hit geben, dann ist sie eigentlich tot. Aber irgendwie ist sie wieder down genockt und ja. Komm schon, jetzt scheiß mal auf das hier und auf das und auf alles. Du sollst einfach nur hier eben raufknallen. Warum kriegst du das nicht geschissen? Okay, die ist auch wieder tot. Oh nein. Mocha, du bist ein behinderter Kackmungo, ey. Okay, die Chimäre ist tot. Wir auch. Boah, ey. Das heißt, wir wiederholen den Kampf in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Bis dahin. Haut rein, Leute. Bis dahin. Tschüss.